Satz 2.0 ist selbstbestimmtes Arbeiten im Team. Die Mitarbeiter bestimmen ihre Arbeitszeiten, ihre Arbeitstage und auch teilweise ihre Arbeitsbereiche. Das heißt, der Mitarbeiter ist komplett autonom und selbstbestimmt über die Arbeitsfelder. Das Konzept Satz 2.0 eignet sich für examinierte Pflegekräfte, die sich mehr Flexibilität im Beruf wünschen, zum Beispiel für alleinerziehende Pflegekräfte, die abhängig sind in der Kinderbetreuung und in den Kita-Öffnungszeiten und zum Beispiel auch für pflegende Angehörige, die Angehörige zu betreuen haben und somit auch in einer Abhängigkeit stehen. Satz 2.0 bietet für die Mitarbeiter eine komplette Zeitsouveränität. Die Mitarbeiter bestimmen über ihre Arbeitstage und über ihre Einsatzzeiten innerhalb der Kliniken. Für die Kliniken ist es der große Vorteil, neue Mitarbeiter zu gewinnen, die bisher in dem Dreischichtsystem nicht arbeiten können, weil sie einfach gewisse Einschränkungen hinsichtlich ihrer Flexibilität haben. Wir bieten Möglichkeiten für genau diese Mitarbeitergruppe, für diese Bewerbergruppe und schaffen neue Möglichkeiten für unsere Pflegekräfte.